Heute helfen Mario Vogt und ich gemeinsam mit in der Ilmenauer Tafel und überbringen zu Weihnachten vor allen Dingen Gänze und Torten für ein gutes Weihnachtsfest für die, die sonst eben nicht das Geld haben, sich das zu leisten. Und wir haben auch noch was Kleines mitgebracht für die Helfer der Tafel, weil ich finde, die, die anderen helfen, die verdienen auch nochmal besonderen Respekt und Anerkennung zu Weihnachten. Und das machen wir heute auch, übergeben hier ein paar kleine Geschenke, weil das ist wirklich ein ganz toller Dienst für die Gesellschaft. Vielen Dank und allen frohe Weihnachten.